so heute gibt es das erste mal den schirm zum gucken das erste mal gibt es immer den durchsichtigen der ist nicht ganz so gruselig der wird natürlich gleich noch ein bisschen aufgeflitscht aber das kann ich nie machen vor der kamera weil ich bräuchte dazu dritte hand wenn ich den aufwischen wollte ja selbst ja das ist mein schuh der ist auch noch mit dran also ich sag mal so von dem haben sie schon mal definitiv keinen bammel jetzt muss ich erstmal gucken dass ich den wieder bekomme den schirm von den kleinen monstern ich muss mal gerade das video ausmachen es hat geklappt